Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ach hallo, herzlich Willkommen zu neuen Malen am Abend folgen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin froh, dass ihr da seid und hoffe, es gefällt. Ja, ich sitze hier beim Malen am Abend, freue mich. Ja, der Tag vergeht, ab und zu scheint die Sonne mal und ab und zu auch nicht. So ist das mal am Abend, Freunde. Ja, hier sitze ich nun, trinke erstmal einen Schluck Eistee. Muss mal sein, weil ich habe ein bisschen Durst, wisst ihr. Ja, man schmeißt das so. Oh ja, mal am Abend, Freunde. So ist das. Ich genieße es hier noch ein bisschen. Ja, warum nicht, ne? Wenn man schon mal hier so liegen kann oder sitzt und sich ein bisschen ausgut. Ja, dann kann man das gut erleben oder gut machen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ja. Ich bin reichen und strecken. Ja. Meine, meine, meine Freunde. Ach ja. Ja, was ich noch sagen wollte. Falls ich gleich mal hier einschlafen sollte. Ist das nicht schlimm? Dann wird, falls ich mal keine Abendmoderation mache, kommt dann für euch der Abspann oder so gemerkt. Weil ich bin irgendwie ein bisschen müde und nur mit dir Bescheid bist, ja? Trotzdem sage ich schon mal tschüss, auch wenn ich einschlafen sollte oder auch nicht. Ja, dann müsst ihr Bescheid wissen, ja? Was könnte denn nicht sein? Ah. Lass ich gleich ein bisschen einschlafen. Ah. Ich bin heute echt müde. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es echt nicht. Ich muss mich hören. Herr, meine Mann, Freunde. So ist das. So ist das. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen hier die Zeit genießen. Einfach ein bisschen sitzen und rausrufen. Aber leider, ich möchte aber nicht schlafen. Noch nicht. Noch keine Ahnung. Ja. Ich möchte mich nicht mehr an, dass ich 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 mich nicht mehr an. Untertitelung des ZDF, 2020